Hallo, ich bin Miro und das ist meine Lehre als Automobilmechatronica. Das Gerät stellt die Verbindung zwischen dem Auto und dem Computer her. Jetzt schauen wir, was im Fehlerspeicher abgespeichert ist. Hier sind wir jetzt am Computer. Der Computer sagt uns, was der Fehler ist. Zum Beispiel, das Kabel ist unterbrochen. Wir müssen dann schauen, wo das Kabel unterbrochen ist und suchen. So, jetzt war ich mit dem Auto auf dem Probefahrt. Ich habe geschaut, ob die Lenkung gut ist, ob die Bremse so sind, wie sie müssen. Ob es keine Seite zieht, ob es irgendwelche komischen Geräusche hat. Das ist alles in Ordnung und jetzt fange ich an mit dem Service. So, bevor ich jetzt den Service fertig mache, gehen wir zu einer kleinen Challenge. So, als nächstes machen wir ein Quiz. Dazu habe ich mein Berufsbild noch hinzugeholt. Wir machen das Quiz über Motorbauteile, wer die schneller im Motorraum verteilt hat. Let's go! Wenn du meinst, du bist schneller als wir beide, dann bewirf dich doch jetzt als Automobilmechatroniker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!